Du filmst? Ich will... Okay. Alles. Okay. Alles muss drauf sein. Okay, Mann. Okay. Nee, warte. Nein. Alter. Alter, das ist nicht okay, Mann. Alter. Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn ich auf dem Video drauf bin. Alter, das ist... Wir brechen... Alter, ich hab mega Schiss, Mann. Ich hab mega Schiss. Erstens. Du bist nicht drauf. Zweitens. Ich bin drauf. Drittens. Okay. Danke, Mann. Fuck, ich bin so nervös, Mann. Das ist so gut. Viertens. Das wird schon. Danke, Mann. Genau das Richtige jetzt. Das schon. Okay. Ja. Lass es uns... Lass es uns durchziehen. Ich will nur gucken, wir jetzt nach oben. Das ist ein fucking Sicherheitssturm. Und... Das heißt... Wir kommen doch nicht rein. Oh, fuck. Shit. Uh... Okay. Okay. Um... Optimal. Licht? Ja, warte, hab ich, hab ich. Hab ich, hab ich. Ja, warte, ich mach mal. Ja, sorry, sorry. Warte, ich hab's hier nicht. Oh mein Gott. Ja. Weißt du was? Ja, ist ein Sommer oder so was. Das ist der Drucker. Okay. Willst du mal berechnen? Ja, dann. Wenn du ihn ankriegst oder was du drauf findest. Gib mal her. Dann nimm mal kurz. Ja, naja. Okay. Läuft. Okay. Was ist das? Das ist nichts. Ne, ist das irgendwie noch klar oder so was? Ne, ist das... Wow, w- WTF? Hast du was gemacht? Ne, Mann, ich hab mich nicht angefasst. Digge, wieso, wieso, Alter, wieso läuft der Drucker? Alter, w-was ist hier los, Mann? Mein Plan. Also du bist dir sicher, dass wir alleine leben sind? Ja. Nachgeschaut. Okay. Guck mal, nach Druckaufträgen oder so. Ja, das ist das. Guck mal. Schissen, ich bin jetzt. Der Drucker wird angezeigt, Alter. Der hat keinen Druckaufladen gelaufen. Also hier ist nichts... Such weiter. Ja, ich guck mal, hab ich sonst was für... Guck mal. Guck mal. Dich, ich guck mal. Was ist das? Guck mal, ich guck mal... Guck mal, ich guck mal. Guck mal. Guck mal, ich will. Das sind nur Bilder. Das ist nichts. Das ist neu. Guck mal. Geil. Okay. Oh, hier ist eine externe Festplatte. Da ist eine Außenbefalt auf. Du hast erst Videotagebücher, Mann. Hast du einen Stick dabei oder was? Nö. Okay. Ich hab die externe gefunden. Wirf mal aus. Okay, ja. Hast du? Ja. Ich hab alles. Passt. Was? Was? WTF? Ich hab mich lange geklickt, Mann. Ich hab mich lange geklickt. Ist das Flo? Ja, mehr oder mehr. Gott. Ja, wenn du... Das... das... das kam von der... ganz alleine. Hast du was gemacht? Nein. Gesehen von deinem letzten Mal, wie ich es versucht habe. Ich dachte, wir hätten... ...geklärt, dass ich nicht so sehr auf Eingut bestehe. Hä? Was... was geht hier eigentlich ab, Mann? Was kommt... komm mal klar! Was passiert? Leute, ganz ruhig. Ganz ruhig, ja? Es ist schon ein bisschen ein Geist von euch. Denkst du nicht? Ich meine, ihr kommt hierher. Recht ein. Knochen und Zeug. Ja. Ja? Und dann... Er weiß vielleicht auch noch nicht mehr Fragen zu löchern. Natürlich, Mann! Du bist im Park Geferde! Er hat nicht viel Hilfe bekommen von der Etikette, oder? Alter, was soll das denn? Wait up, Etikette! Aber... Was ist das? Ich verstehe das, ne? Wie lange hast du gesagt? Du hast alle eine neue Situation. Von daher... Ich meine, du musst dich... ...und dir ein paar von eure Fragen rein. Ach, da... Was solltest du los, Mann? Was ist passiert? Erzähl schon. Fagte dich dann mal um. Komm, hier. Jetzt zum Frühling. Es gefällt mir. Es ist ganz ein bisschen interessant und so verrückt. Ja... Wie... ...möchtest... ...auf deinem besten Weg greiflich? Ja... Ihr habt Buddha bei dir, Junge! Red einfach, Mann! Sag einfach was! Möchtest du sagen... Ich bin... ...aufgewacht... ...und... ...nein Wohren? Ich habe... ...das alles... ...ein des Gesäßes... ...ein... 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 Irgendwo, was laberst du? Ja... Das kann ich auch nicht ausdrücken. Jetzt geht Klartext, Mann! Sag einfach... ...ich bin... ...neu und alt. Was laberst du eigentlich? Warte... Ich bin... ...geholter... ...zuneinhalb... ...neu... ...must du das mal so interessant halten... ...also... ...nächstes... ...Kam... Wo zur Hölle bist du? Ja, Mann! ...und da... ...hat ich gerade noch Hoffnung... ...ein... ...das... ...deine Frage... ...wann... ...soll ich doch... ...sich bin hier... ...und genau so wie hier... Äh... ...mein... Nein, bist du nicht! Du bist vielleicht sonst wo! ...und... 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 ...was für ein Chef! Was ist, wer ist dieser Typ eigentlich!? Ja, was? Vielleicht will ich dir auch noch lange überhören, dass ich ein Löffel rauskriege. Doch, doch, ich bin aber echt mit Augen, du, ne? Flo, wie, was ist los? Wie kann ich dir helfen? Flo, sag was! Ich würde, ich hätte vor allem, wer einfach aufhören würde, mich mit seinen Namen zu verfehlen, ne? Sein Name? Das ist dein Name, Junge! Ich würde, dass du, ey, helfen. Ja. Ja, dann, dann, dann sag's! Was? Wie können wir dir helfen? Sag es einfach! Egal, was es ist, Mann! Egal! Flo, Mann! Flo, alles okay? Flo? Alter, Flo! Alles okay, ich brauche nach. Was? Leute, tut mir leid, aber wir müssen uns einfach mal rauskriegen. Wie, was ist los? Glaubt mir, es ist noch auch kein Spaß, wenn man das mit rauskriegt. Was? Ach! Flo, Flo, alles okay bei dir, Mann! Was passiert da bei dir, Mann? Alles gut! Red mit uns! Sag doch was! Red mit uns, Mann! Red mit uns! Okay. Also, jahrt euch bevor. Was? Wie? Größt euch in der anderen, ne? What? Wo bin ich? Scheiße! Das krieg ich auch ganz gut rein. What the fuck! What the fuck! Fuck you! Oh, Scheiße! Wo sind wir? Lenny! Oh, Scheiße! Lenny! Alles okay! Hey, hey, komm her! Lass dich ansehen! Das wird schon wieder! Glaub mir! Das wird schon wieder! Komm! Wo sind wir, Mann? Wo sind wir? Es ist scheißegal! Ganz schnell weg! Ganz schnell weg hier! Und ab nach Hause! So! Come on! Ah!